Am Geburtstag haben zwei Freundinnen einen ganz besonderen Wunsch. Jules und Violet wollen wirklich, wirklich zur Meerjungfrau werden. Aber sei vorsichtig, was du dir wünschst. Es könnte wahr werden. Als Violet und Jules also am nächsten Tag aufwachten, sahen sie, dass der Traum wahr ist. Sie sind Meerjungfrauen. Das Leben unter Wasser ist hart. Es ist nicht so wie an Land. Sogar das Ansehen von lustigen Videos ist eine Challenge. Das Wasser versucht ständig, das Telefon an die Oberfläche zu bringen. Aber das Telefon soll nicht weglaufen. Violet hätte auf die Chips aufpassen sollen. Jetzt wird sie das Video ohne Lieblingssnack genießen müssen. Jules wird am Land nicht berühmt. Aber dieses Unterwasser-Restaurant veranstaltet eine Talentshow. Und die erste Kandidatin ist Jules. Sie ist ein bisschen unsicher. Die Leute halten sich normalerweise die Ohren zu oder schreien sie an. Aber hier weiß niemand davon. Alle ermutigen sie. Jules, du hast keine andere Wahl. Das ist die Chance zu glänzen. Sobald sie anfängt zu singen, flippen alle aus, wie gut sie ist. Sie hat eine wunderschöne Meerjungfrauenstimme. Jetzt darf sie in der Unterwassergruppe mitmachen. Nun denkt Jules, sie sei bereit für was Besseres. Eine Solo-Karriere. Teamgeist ist überall wichtig. Deshalb gibt's Cheerleader-Achovies. Alles was man braucht ist eine Uniform. Kleb dir eine Muschelschablon aufs Oberteil und trag silberne Farbe auf. Bestreu alles mit Glitzer. Das Meerjungfrauentop ist fertig. Violet hat's ins Team geschafft. Schau, sie macht die Sache gut. Sie hat sogar einen Fan. Violet ist sehr glücklich. Aber als er das Bild bekommt, verliert er das Interesse an ihr. Die Sache ist die, Mr. Jellyfish interessiert sich nicht für Violet. Nein, er interessiert sich nur für die Pompoms. Sie sehen aus wie Quallen. Und er wollte ein Foto mit ihnen. Jules greift nach den Sternen. Und sie filmt sogar ein Musikvideo. Aber irgendwas stimmt da nicht. Jules hat Krabben als Background-Tänzer. Aber sie mag sie überhaupt nicht. Sie sind nicht beweglich. Das klappt nicht. Jules gibt nicht auf. Wenn du willst, dass was richtig gemacht wird, mach es selbst. Sie kann einfach filmen. Und singen. Und tanzen. Es kam so gut heraus. Dass sie gleich am nächsten Tag für einen Preis nominiert wurde. Wow. Aber dann verkündete Jules, dass sie sich zurückzieht. Alles, was sie wollte, war diese goldene Schallplatte. Sie ist perfekt für ihr Zimmer. Violet ist eifersüchtig. Ihre Freundin hat viele Aufzeichnungen. Die silberne Meerjungfrau muss die Berufung finden. Geh ins Internet und versuch, Ideen zu finden. Hm. Was ist Baseball? Eine Sportlegende sein. Nein. Das ist nicht ihr Stil. Weiter geht's. Gymnastik? Das wär cool. Aber wo soll sie unter Wasser die Ausrüstung finden? Angelhaken. Angelhaken. Richtig. Die sind perfekt für Meerjungfrauen-Gymnastik. Meerjungfrauen müssen schön sein. Um die Schönheit zu zeigen, wird Jules versuchen, sich zu schminken. Aber das klappt unter Wasser nicht immer. Ihre Schminke verläuft. Aber Jules hat eine Alternative gefunden. Muscheln. Sie kann sie benutzen, um sich zu schmücken. Aber vergiss nicht, dass nicht alle Muscheln leer sind. Jules sieht hübsch aus. Aber sie hat diese arme Muschel heimatlos gemacht. Jetzt muss sie sich eine neue Muschel suchen. Anscheinend mag Violet am allerliebsten Austern. Was für ein Lärm. Jules ist ganz aufgeregt. Sie hat gerade ihre Muscheln verloren. Um eine wie diese zu machen, nimmst du Polymerton und rollst ihn aus. Nimm eine echte Muschel zum Formen. Ein Modellierwerkzeug. Und ab in den Ofen damit. Bemale sie. Klebe einen Kreis Kunstleder darauf. Jules und Violet machen es sich so bequem. Aber sie haben vergessen, ihr Debüt zu geben. Niemand will auf sie warten. Natürlich streiten sie sich. Ruf ein Unterwasser-Taxi. Okay. Wenn ihr dachtet, dass ein Unterwasser-Taxi wie ein normales ist, habt ihr euch getäuscht. Bei diesem Taxi muss man sich aufsatteln. Jules hat Probleme, ihr Seelpferdchen zu reiten. Aber Violet liebt ihren Delfin. Die Leute trainieren unter Wasser. Jeder, ob groß oder klein, will in guter Form sein. Sogar kleine Quallen gehen ins Fitnessstudio. Violet ist so traurig, wenn sie Mr. Shellfish ansieht. Versuchen wir etwas Heimliches zu tun. Nimm eine Platte aus dem Schaumstoffkern und benutze ihn als Schablone. Mal ihn Silber an. Befestige Papierzahlen fürs Gewicht. Und jetzt hast du ein leichtes Gewicht. Sie ist es leid, dass alle über die Qualle lachen. Also schenkt sie ihm den falschen Anker. Jetzt wirkt er super stark. Sonst findet er vielleicht lieb Freunde. Im Gegensatz zu Violet isst Jules lieber goldene Cornflakes als Austern. Das ist das Lieblingsessen. Es ist ihr egal, worauf sie gemacht sind. Aber ein Problem gibt es. Die Packung ist nicht dicht verschlossen. Und das Müsli wird schnell schal. Das kann sie ändern. Jules hat krabbenförmige Clips gemacht. Man nimmt ein glitzerndes Schaumstoffpapier und schneidet eine Krabbe aus. Jetzt bestreicht man sie mit Kleber und klebt sie auf eine Büroklammer. Leuchtfarbe drauf. Und jetzt halten die Cornflakes länger. Außerdem werden diese Klammern Jules Cornflakes schützen. Vor den hungrigen Freunden. Die Krabbe hat sie verschreckt. So sehr, dass Jules sich Sorgen macht. Jetzt wird sie ihre Freundin trösten müssen. Denn sie hat Todesangst vor Krabben. Die Freunde wollen nicht mehr mehrjährigen Frauen sein. Sie haben immer noch Spaß. Aber sie gehören nicht unters Wasser. Wie können sie zurück? Was ist überhaupt passiert? Dieser seltsame, krakenartige, aussehende Kerl kam einfach an. Hm. Also müssen sie ihm seinen Zaubertrank stehlen. Oh. 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 Die tapferen Meerhofer und schwankt zu dem Schiff. Und stahlen den Zaubertrank. Sie sind fast zu Hause. Wünscht euch schnell, dass ihr wieder normal werdet. Okay. Sehr gut. Jetzt müssen sie warten. Hm. 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 Aber der Trank hat nur die Farben der Schuppen verändert. Sieht aus, als sei es nicht derselbe Trank. Jules und Violet werden hier festsitzen. Wie fandet ihr das Abenteuer von Jules und Violet? Welche Meerhofer-Frau hat euch besser gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr kein neues Video von Troom Troom Trick verpasst. Das ganzewol άstrec ist. Tschüss. Tschüss. Tahik. tsunami. Kriegt.